Aktien 2.0. Der tägliche Ausblick auf Börse und Aktien. Hören und investieren mit Admirals und Analyst und Daytrader Jens Klatt aus Berlin. Hallo, es ist Mittwoch, der 17. Mai 2023 und auch heute wollen wir uns einen Blick auf die Wall Street gönnen. Wollen uns einen Blick gönnen erneut auf den S&P 500, der so ein bisschen den Eindruck vermittelt, als wenn man Farbe beim Trocknen zuschaut. Aber die US-Einzelhandelsumsätze waren dennoch von Interesse und eventuell sind auch einige Einzeltitel von Interesse für uns. In wenigen Sekunden gibt es mehr zu den Details. Risikohinweis. Keine daher getätigten Angaben und Informationen sind als Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Finanzinstrumenten zu verstehen, sondern dienen lediglich allgemeiner Information. Es wird hierbei ausdrücklich keine Anlageberatung offeriert. Jeder Handel birgt Risiken. Den ausführlichen Risikohinweis finden Sie in den Shownotes. Nun, zunächst einmal die Frage, wo stehen wir übergeordnet? Auch am Dienstag gibt es seitens der Wall Street und hier stellvertretend für den S&P 500 nichts Neues zu vermelden. Neue Jahresnurfs, die lassen im S&P 500 weiter auf sich warten. Das Schlüsselevent am Dienstag waren mit Sicherheit die Einzelhandelsumsätze aus den USA, die im April um 0,4% gestiegen sind und sich nun ein wenig erholend zeigen. Teilweise zumindest von den zwei aufeinanderfolgenden Monaten, wo wir Rückgänge hier bei den Einzelhandelsumsätzen vermeldet bekommen haben, blieben allerdings wiederum jetzt am Dienstag hinter den Markterwartungen zurück, die bei 0,8% gelegen haben. In Bezug auf die Erwartungen seitens des Terminmarktes hat sich hierdurch nichts geändert. Die Marktheilnehmer erwarten auch weiterhin mit 98%iger Wahrscheinlichkeit seitens der US-Notenbank FED bis Jahresende mindestens eine Zinssenkung um 25 Basispunkte von den aktuellen 500 bis 525 Basispunkten. In Bezug auf die derzeit angesteuerten Sektoren und Einzeltitel bleibt der Fokus auf jeden Fall ganz klar auf Tech-Titeln, auf Tech-Aktien, während sich die Bullen eben dem S&P 500 weiter Zeit lassen. Der Nasdaq 100 hingegen, der hat gefolgt dann von einigen Tech-Titeln logischerweise hier einem Test der August-Hochs auf jeden Fall die Tür weiter geöffnet und es scheint sehr wahrscheinlich, dass wir noch im zweiten Quartal, also über die kommenden Wochen, hier einen Test eben der August-Hochs im Nasdaq 100 zu sehen bekommen. Beginnen wir also mit unserer heutigen Einzeltitelbeschau und starten wir mit The Trade Desk. The Trade Desk, das ist ein US-amerikanisches multinationales Technologieunternehmen, das sich auf programmatische Echtzeit-Marketing-Automatisierungstechnologien, Produkte und Dienstleistungen spezialisiert hat, die darauf ausgelegt sind, die Bereitstellung digitaler Inhalte für Benutzer zu personalisieren. The Trade Desk hat vergangene Woche mit starken Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal überrascht, möchte man fast sagen, meldete für das erste Quartal 2023 einen Non-GAAP-Gewinn von 23 Cent pro Aktie, was rund 77% über der Erwartung lag und auf Jahressicht einem Anstieg von 9,5% entspricht. Und auch beim Umsatz konnte The Trade Desk mit 383 Millionen US-Dollar die Erwartung der Wall Street um rund 5% übertreffen, der Umsatz stieg im Jahresvergleich somit um 21%. Im ersten Quartal 2023 lag die Kundenbindung weiterhin bei über 95% und aus den Quartalszahlen geht hervor, dass The Trade Desk eine starke Dynamik bei wichtigen Initiativen wie zum Beispiel Connected TV, Shopper Data, Unified ID 2.0, da schauen wir gleich noch drauf, Open Path und dem neuen Datenmarktplatz erfuhr. Die Unified ID 2.0, auch kurz bekannt als UID 2 von Trade Desk, ist ein branchenweiter Identitätsansatz, der den Wert relevanter Werbung bewahrt und gleichzeitig Benutzerkontrolle und Datenschutz in den Vordergrund stellt. UID 2.0 ist ein Upgrade und eine Alternative zu Cookies von Drittanbietern. Im ersten Quartal erweiterte The Trade Desk seine Unterstützung für Comcast CMCSA, NBC Universal, durch die Implementierung von UID 2.0 auf Peacock, auf allen Geräten und Verbraucherkontraktpunkten, einschließlich CTV, dem Web, Apps und Geräten. Und The Trade Desk kündigte außerdem eine Zusammenarbeit mit der Para-Werbesparte von Paramount an und integrierte UID 2.0 in dessen Plattform, um die Identität seines CTV-Inventars zu skalieren. Darüber hinaus kündigte The Trade Desk im Februar eine neue Integration mit RAVE an, einer führenden Videoplattform für Gruppen, die UID 2 auf ihrer Plattform unterstützt und ermöglicht. Zum 31. März 2023 beliefen sich, und da schauen wir jetzt wieder zurück auf die Zahlen und die Bilanz, die uns natürlich als Investoren noch vielleicht viel mehr interessiert, da beliefen sich die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente auf 892,7 Millionen US-Dollar verglichen mit 1,03 Milliarden US-Dollar noch zum Ende des vierten Quartals 2022. Der Cashflow aus dem operativen Geschäft belief sich im ersten Quartal auf 187,6 Millionen US-Dollar verglichen mit 173 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2022. Und der freie Cashflow, der sogenannte FCF auf Non-GAP-Basis, der belief sich auf 177 Millionen US-Dollar verglichen mit 123 Millionen US-Dollar im Vorquartal. Für das zweite Quartal 2023 erwartete Trade Desk einen Umsatz von mindestens 452 Millionen US-Dollar. Nun, und jetzt natürlich die Frage, was machen wir denn aus den Zahlen? Unterm Strich bleibt meiner Einschätzung nach, das ist ein durch und durch solides Zahlenwerk und die Aktie, die scheint durchaus als kleine Beimischung im Portfolio als interessant näher zu beachten. Das war The Trade Desk, Börsenkürzel TTD. Dann wollen wir einen Blick werfen auf Li, chinesischer Hersteller von Elektrofahrzeugen. Li meldete für das erste Quartal ein Umsatzwachstum von 96,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr, jetzt auf 2,736 Milliarden US-Dollar und verfehlte damit leicht nur die Erwartung der Wall Street von 2,75 Milliarden US-Dollar. Li wies zudem einen bereinigten Gewinn pro ADR von 20 Cent US-Dollar aus, was über der Erwartung der Analysten von nur einem Cent lag, mit denen diese gerechnet hatte. Der Fahrzeugabsatz stieg um 96,9 Prozent auf 2,67 Milliarden US-Dollar, was hauptsächlich auf die Zunahme der Fahrzeugauslieferung und den höheren durchschnittlichen Verkaufspreis der Li L-Serie zurückzuführen ist. Die gesamten Fahrzeugauslieferungen beliefen sich im ersten Quartal auf 52.584 Einheiten, entsprechend einer Steigerung von 65,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Fahrzeugmarge sank im Jahresvergleich um 260 Basispunkte auf jetzt 19,8 Prozent. Der Bruttogewinn stieg im Jahresvergleich um 77 Prozent auf 557,7 Millionen US-Dollar, wobei die Marge um 220 Basispunkte auf 20,4 Prozent sank. Der nicht-GAAP-konforme Betriebsgewinn, der belief sich auf 128,9 Millionen US-Dollar. Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit belief sich auf 1,13 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von sage und schreibe 324,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im April 2023 lieferte das Unternehmen 25.681 Fahrzeuge aus, was einer Steigerung von auch sage und schreibe 516,3 Prozent gegenüber April 2022 entspricht. Und auch der Ausblick, der schaut bei Li vielversprechend aus. Für das zweite Quartal erwartet Li einen Umsatz von 3,53 bis 3,77 Milliarden US-Dollar, deutlich über der Erwartung von 3,29 Milliarden US-Dollar und Fahrzeugauslieferungen von 76 bis 81.000. Der CEO von Li, Li Jiang, der sagte, man habe keine Pläne, die Preise wie zum Beispiel Konkurrent Tesla zu senken. Als Investment muss ich ganz ehrlich gestehen, schaut mir diese Aktie im Bereich Elektromobilität auf jeden Fall sehr interessant aus. Das ist anders als Konkurrenten wie NIO oder beispielsweise auch Rivian aus den USA, hier im Vergleich wirklich ein ernstzunehmender Kandidat als Konkurrent von Tesla im Bereich E-Mobilität wahrgenommen zu werden. Und ausgehend hiervon lohnt die Aktie durchaus einen ernstzunehmenden Blick. Durch die Quartalszahlen ist die Aktie jetzt erstmal auf neue Jahreshofs ausgebrochen und schaut für Investments derzeit vielleicht ein bisschen überdehnt aus beim Blick auf den Chart. Aber sollte es zu einem Rücksetzer kommen, die Region 26 bis 28 Dollar, da könnte ich mir durchaus vorstellen, die Aktie klein im Portfolio im Bereich E-Mobilität beizumischen. Das war Li, Börsenkürzel LI. Und final wollen wir einen Blick werfen auf Biontech, deutsches Biotechnologieunternehmen. Biontech, vergangene Woche mit Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal und man möchte fast sagen erwartbar, brechen hier die Umsätze und Gewinne ohne Covid-Impfstoffe regelrecht ein. Hoffnung derzeit dürften Spekulanten ganz besonders in die Entwicklung im Bereich Krebsvaccine setzen. Im Jahresvergleich brach der Gewinn im ersten Quartal um 86,4 Prozent von 3,69 Milliarden auf 502 Millionen Euro ein. Der Umsatz lag bei 1,27 Milliarden Euro nach noch 6,37 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Wie auch der Konkurrent Moderna aus den USA hat Biontech das Jahr 2023 jetzt als Übergangsjahr bezeichnet. Ugo Schahin, der Mitgründer und CEO von Biontech, der sagt im Zusammenhang mit den Impfstoffen, ganz besonders gegen Krebs, Diese Programme sind strategisch auf unsere Vision ausgerichtet, Patientinnen und Patienten mit soliden Tumoren einen bedeutenden therapeutischen Nutzen bieten zu können, unabhängig davon, ob sie sich im frühen Stadium einer Erkrankung befinden oder diese bereits vorangeschritten ist. Und ergänzte, man habe wesentliche Fortschritte gemacht und bereite nun den Beginn der ersten klinischen Phase 3 Studie im Bereich Onkologie vor. Biontech sieht hier im Hinblick auf die klinischen Studien Zulassungspotenzial in den Jahren 2023, also noch dieses Jahr und 2024. Darunter soll auch unter anderem eine Phase 2 Studie mit einem Krebsimpfstoffkandidaten bei Bauch, Beicheldrüsenkrebs tatsächlich sein. Aber auch in Bezug auf Covid-19-Impfstoffe bleibt Biontech weiter, sagen wir mal, am Ball. Erwähnte wenigstens, es liefen Vorbereitungen, um bei Bedarf einen variantenangepassten Impfstoff bereitzustellen. Ja, in Bezug auf Investments, muss ich ganz ehrlich sein, scheint mir Biontech am ehesten ausgehend von einer Spekulation hinsichtlich eines Impfstoffs gegen Krebs interessant, nicht mehr ausgehend vom Corona-Vaccin. Und in dieser Hinsicht muss ich ganz ehrlich gestehen, scheint mir moderner ausgehend von den Ausführungen hier im Podcast wesentlich interessanter und auch eventuell etwas besser aufgestellt, was sich dann auch in Bezug auf den Aktienkursverlauf bemerkbar macht, wo, wenn wir mal einen Blick auf den Chart werfen, Biontech erst jüngst neue Jahrestiefs markiert hat, während sich die Aktie von Moderna zwar auch durch Wachsen präsentiert, aber deutlich oberhalb seiner Jahrestiefs halten kann. Also, wenn eine Beimischung im Portfolio und hier im Segment Pharma mit Ausblick auf Krebs-Vaccine basierend auf der mRNA-Technologie, dann muss ich ganz ehrlich gestehen, geht meine Tendenz eher zu Moderna, weniger zu Biontech. Das war Biontech, Börsenkürzel BNTX. Und das war der Admirals Aktien-Podcast 2.0 heute am Mittwoch, den 17. Mai 2023. Wir hören wieder voneinander am Freitag, den 19.05.2023. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen angenehmen Herrentag. Ich wünsche Ihnen Happy Trading. Passen Sie auf die Stops auf. Wir hören vor dem Wochenschluss voneinander. Ich freue mich auf Sie. Haben Sie sich wohl. Machen Sie es gut. Bis dann und tschüss. Das war Aktien 2.0 mit Jens Klatt. Wir freuen uns, Sie auch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Neu an jedem Börsentag am frühen Nachmittag.